Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elite Dangerous. Ja, es ist schon lange, lange her, wo das letzte Mal was kam. Dafür entschuldige ich mich, aber ich hoffe mal, dass jetzt... Ja, ich kann es nicht versprechen, ob es eigentlich mal sowas öfters jetzt kommt. Ja, zeitlich eher ein bisschen knapp. Und aber auch noch etwas erkältet. Ja, die Krankheit kommt wieder zurück. Aber ich denke mal, ich werde trotzdem weitermachen. So, wir... Ich habe noch, äh, gestern habe ich noch eine Kopfgeldjagd geholt. Hab, ja, ein paar Abschüsse gemacht. Also es war jetzt eigentlich viel gewesen, knapp 400.000. Ähm, ich denke mal, ich versuche heute mal noch auf die Top 50% zu kommen. Dafür muss ich dann halt auf ein... Ich weiß nicht, Kampfbereiche zählen nicht mit. Die zählen, glaube ich, nicht mit. Ich muss irgendwo in ein... In ein, in ein, in ein, in ein, in ein, in ein... Äh, in ein, in ein Asteroid... Äh, ja, für... Asteroidenabbau vorkommen, muss ich gehen. Ähm, ich hoffe nur... Ich habe hier eins, wo... Sag ich mal, ähm... 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 Das Abbauvorkommen hoch ist. Das hat relativ viele, viele... Äh... Piraten kommen. Also ich war auch schon mal bei einem hohen gewesen. Das war, glaube ich, der erste Planet gewesen. A1. Äh... Nur, dort kamen aber nicht sehr viele an. Also, äh... Es kamen da weder große Schiffe an. Also Anacondas, Pythons kamen keine an. Sondern nur lächerliche Eagles, äh... Viper, Cobra und das war's. Ja, und ein paar Seiten weiter noch. Ähm, ja... Schade eigentlich. Ich hätte mir da ein bisschen mehr erwartet. Aber jetzt müssen wir erstmal dorthin fliegen. Knapp 40.000 Lichtsekunden. Und da hoffe ich mal, dass dort ein Abbauvorkommen ist, das relativ gefährlich ist. Dass ich dort, äh, die Möglichkeit habe, ein bisschen Geld zu verdienen. Klar, mein... Mein jetziger Stand, 112 Millionen. Naja... Könnte ein bisschen mehr sein. Dann muss ich auch noch, äh... Äh... Von den Supermächten den Ruf und beziehungsweise den Rang muss ich höher bekommen. Da will ich gerne, ähm... Auf die Föderation gehen. Ich möchte gerne irgendwann noch die Federal Record haben. Alleine schon mit den drei dicken Waffen an Bord. Wo hoffe ich mal ein bisschen mehr Schaden ausrichtet. Gut, ich mache jetzt auch schon, äh... Sehr gut Schaden mit meinen Multikanonen. Da bin ich auch immer überlegen, ob ich soll noch, äh... Auf Laser gehen. Also auf die kleinen... Dass ich dort, äh... Wo die kleinen Türme sind, da ich auf Laser gehe, diese aufpimpe auf, äh... Schaden. Oder beziehungsweise auf die Schilde, dass die mehr Schaden machen. Äh... Das ist immer so fraglich. Ansonsten... Da hat sich immer auch nichts getan. Ich dachte wirklich, es käme noch irgendwann ein Update raus, dass die Kapazität erhöht wird. Aber nein. Nein, 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 nein. Es kam wirklich nichts an. Es ist wirklich ärgerlich, dass man hier muss, ähm... Noch einiges wegpäffern. Äh... Kann nicht sein, dass wir, äh... Dass man so viele Sachen hat, aber so wenig, äh... Kapazität, weil... Viele Sachen kommen ja automatisch schon beim Scannen vor. Also wenn man ein Schiff anvisiert und versucht zu scannen, ob er, äh... Gesucht wird... Dann bekommt er auch schon, ja... Die Sachen heraus. Äh... Schon ein bisschen ärgerlich. So... Okay, ich bin da noch relativ sehr, sehr weit weg. Germanium hebe ich auf. Kohlenstoff hebe ich auf. Die schmeiß ich mal weg. Mangan, ja, alles gut und schön. Ja, ja, ja. Äh... Jobium hebe ich auch auf. Phosphor. Ha! Hebe ich auch auf. Hebe ich auch auf. Ja, das sind so viele Sachen, die möchte man gerne aufheben, aber man hat dem, äh... Ja, äh... Die Kapazität nicht. Den Platz, der fehlt. So... Dann schauen wir mal gleich, wenn ich mal unter... 1000 Lichtsekunden bin, ob es dort ein anspruchsvolles, äh... Abbauvorkommen gibt. Ja, Kopfgeld beim Empire. Äh... Äh... Ich hab gestern oder vorgestern noch... Ja, gestern was gewesen, glaub ich, noch Rugi gesehen. Und ja, hab ihn noch angeschrieben, ja... Ich denke mal, dass er AFK war oder irgendwo unterwegs war und hat das Gespräch nicht mitbekommen. Kann wirklich sein. Weil er wollte schon mich noch ein bisschen mit ihm, äh, Piraten jagen. Hm. Vielleicht kommt er noch auf... Noch heute im Laufe des Tages noch vorbei. Ich versuch mal, dass ich heute mal... Zwei, äh... Folgen aufnehmen werde. Einmal hab ich ja mein... Typ 7 Transporter, den ich ja gerne als Passagiertransporter nutzen werde. Aber ich weiß jetzt nicht, wo der... Wo ich den wieder geparkt habe. Habe ich den in Toloko geparkt? Habe ich den in Toloko geparkt? Habe ich den in Toloko geparkt? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Äh... Ab... Ah, ich glaub, so kann man das nicht sehen, ne? Oder? Ne, das geht, glaub ich, so nicht. Äh, man erkennt, glaub ich, die Schiffe nicht. Nicht, die man geparkt hat. Nur erst, wenn man an der Station ist, sieht man die Schiffe. Ah... Oh, erstmal kurz was trinken. Bläh, bläh, bläh. Ah... Hm... Ja... Ja, toll. Jetzt fahr mal die ganze Flaschen hin. Ah... Ah, ja. Sehr schön. Ich glaub, unter 10.000 Lichtsekunden konnte man da, glaub ich, nix sehen. Ne, ne. Ich glaub, das war unter 1.000. So, da bin ich mal gespannt, äh, was mich dort erwartet. Ansonsten muss ich nochmal weiter suchen, an den... An den... An den ich wieder an den ersten Planeten gehe. Ah, zur Zeit bin ich jetzt mal im Singleplayer unterwegs. Äh... Ich war gestern in einer Gruppe, äh, von Elite Dangerous unterwegs gewesen. Und... Und... Pfff... Also hier in dem System war, sag ich mal, eher tote Hose. Oder die waren irgendwo anders, äh... Wo ich nicht war. Dachte mal, ich könnte mich dort einem... Einem Wing anschließen. Aber... In diesen Erz, äh... Bei diesem Abbauvorkommen, wo ich war, war keine Sau gewesen. Hehehehe. Ich denk mal, die waren wirklich irgendwo anders gewesen. Wo es sich mehr eher lohnt. So, lassen wir uns überraschen, was mich jetzt da hier gleich erwartet. Ah, ich bekomme jetzt ja den Husten so nicht mehr so schnell weg. Und auch den Schnupfen. Ja, der Winter naht, meine Freunde. Oh, ich bin abgetwiftet. So, ich mach mal hier ein bisschen langsam. So, was haben wir hier? Kampfbereich, ja toll. Fahre hoch. Ne. Okay, das war nix. Wir fliegen... Was ist hier los? Das... Also irgendetwas, äh... Scheint auch wieder nicht zu stimmen. So, äh... Oh Gott, was? Da muss ich doch 6.000 Sekunden noch dort hinten hinfliegen. Hm. Naja. Fliegen wir ja dort mal hin. Ah, ist doch nur ein kleiner Katzensprung. Zwar wieder fast eine Minute so unterwegs, aber trotzdem. Oh. Ähm. Ich weiß auch nicht, ob ich das mit den Targoiden machen soll. Der Targoiden, wie sie heißen. Ich weiß nicht, äh, ob ich diese Geschichte verfolgen werde. Weil ich hab mir mal, äh, ein Video angeschaut vom ALP. Und da hat er auch einmal solch ein Schiff gefunden und ihn auch bekämpft. Und da muss ich echt sagen, ich hätte da keine Chance. Weil so viel Schaden, wie die ausrichten... Mm-mm. Never ever. Ja. Mir fehlt auch, äh... Er hat er, glaub ich, die ganze Zeit auch mit Raketen angegriffen, weil... Äh, dieses Targoiden-Schiff hat sich ja immer wieder selbst regeneriert. Und ich hätte da persönlich keine Chance. So, aber wenn da vorne nichts Anständiges ist, dann... Äh, werde ich doch wieder zum ersten Planeten hinfliegen. Aber mal schauen. Oder ich werde den nächstmöglichen hohen, äh, Abbaustandort anfliegen. Und dort die Piraten bekämpfen, weil... Wie gesagt, ich möchte gerne noch auf die, äh, Top 50% gehen. Das Event ist auch bald wieder vorbei. Sollte noch zwei Tage, sieben Stunden gehen, aber lass es mal noch einen Tag gehen und dann ist es vorbei. Dauert nicht mehr lange. So. Ich muss mal gucken, wie meine Tastaturbelebung war für meine Kühlkörper. Ich glaub, das war auf B. Und auf V war meine Schildzellen. Oh Gott. Weil da vergesse ich jetzt noch die, äh, ah, die Tastenbelebung. Gerade die wichtigsten Sachen. Die vergesse ich am meisten. So, bitte ist hier was Anständiges. Was haben wir hier? Bingo. Da haben wir was. Da haben wir was. Dort fliegen wir mal direkt hin. Mal schauen, was mich da dort erwartet. Hoffentlich ein paar gute Schiffe, die mir einiges ab, äh, ja, einiges bringen. So 400.000. Ja, so eine Million will ich heute noch gerne schaffen. Oder sogar vielleicht noch mehr. Es kommt immer auf die Schiffe an, was sie haben. So, soll ich mit Volldampf da hinfliegen? Nee, ich weiß jetzt nicht, wo das genau ist. Ja, das ist irgendwo am Rand. Wie es aussieht, äh, bin ich auf der, ja, das ist eigentlich komplett auf der Sonnenseite. Dieser ganze Ring. Es ist komplett auf der Sonnenseite. Oder? Ah, da, da kommt der Schatten jetzt ja vom Planeten immer näher. Ja, doch, es ist auf der Sonnenseite komplett. Oh, nein, nein, nein. Ah, ja, ich bin doch gerade auf der Sonnenseite. Es ist ja auf der Schattenseite, das wäre dann sehr, sehr, äh, bescheiden, muss man sagen. So, wir geben jetzt mal Gas. Ja, ich bin sehr glücklich am Planeten dran. Ich möchte gerne mal so einen Gas, äh, Planeten mal besuchen. Einfach mal nur in den Orbit reinfliegen, mal schauen, weil, ich möchte es gerne mal interessieren, was sich dort überhaupt abspielt in diesem, äh, bei diesen Gasriesen, die ganzen Stürme, alles, wenn man dort reinfliegt, dass das Schiff, äh, durchgeschüttelt wird. Das würde mich mal gerne interessieren. Ich denke mal, da sind sie auch am Arbeiten daran, dass man auch Wasserplaneten besuchen kann, äh, zum Beispiel auch die Erde. Weil, man, es ist schon schade, dass man die Erde, äh, nicht, äh, darauf landen kann, sag ich mal, so erdähnliche Planeten. Das finde ich echt, echt schade. Bei der Erde hätte ich es doch verstanden, dass man dort landen könnte, aber, äh, es ist leider nicht so. Schade. Vielleicht hätte man auch mein Haus von oben gesehen, haha, aber ich habe doch gar keinen Zugriff auf das System. So. Fahren wir mal die Waffen aus. Dort haben wir unseren ersten Kandidaten. Er ist gesucht. Er ist auch gefährlich. Soll ich es, soll ich es riskieren? Er nimmt Kurs auf mich. Wir machen mal langsam. Und warten wir erst dann ab, wenn dieses Schiff, äh, abdreht. Hat die Waffensysteme ausgefahren? So. Oh. 240.000 Credits. Wir warten ab, bis er sich abdreht. Oh, noch einer. Äh. Ich möchte schon nicht gerne die Anaconda. Okay, er dreht ab. Er soll mir seinen Arsch zeigen. Und... Auf geht's. Ah, jetzt greift er mich an. Ich vergesse jedes Mal immer auf das Kraftwerk zu zielen. Kraftwerk ist das A und O bei Elite. Weil wenn man das Kraftwerk zerstört, ist auch das Schiff hinüber. hinüber. Ahem. Ja, ich mache sehr, sehr viel, äh, Rumschaden. Mit diesen Multikanonen. Und er macht auch sehr, sehr viel Schaden an mir. So. Oh, 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 oh. Komm, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Seine Schilder sind gleich wieder oben. Okay, er ist weg. Ach, sehr schön. Okay, jetzt muss ich... Okay, V ist in Schildzellen. Und hier wird wieder geschossen. So, okay. Der Nächste, eine Igel. Gegen eine... Oh, Fatal Gunship. Ist der gesucht? Nein, er ist sauber. Wir nehmen uns mal die Cobra vor, weil die ist definitiv gesucht, weil er greift die Igel an. Beziehungsweise ist Tropship. So, er ist durch und... Uiuiuiuiuiui. So. Au. Hat der eine Schildzelle gezogen? Hat er eine Schildzelle gezogen, die Sau? Ja, er zieht eine Schildzelle. Ist das eine Sau? Ja, ich muss definitiv mal auf Laser gehen, weil... Munition ist, sag ich mal, so eine Sache, die ich immer habe. Und wir finden zwar die Grundmaterialien für... Für, äh, 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 meine Munition wieder herzustellen. Ey, ich mache definitiv sehr, sehr viel Rumschaden. Habe ich ihn... Mein armer Lack? Ja. So, auf Wiedersehen. 100.000 bestimmt, oder? Ja, eine... Ja, gut, okay, 41.000. So. Ja, da hinten noch die Egel, genau. Wir beschützen mal das Schiff. Äh, die Egel zu scannen, lohnt sich jetzt da, glaube ich, nicht. Ja, die pickt ja nur ein paar Tausend. So, wir haben eine... Ja, gut, okay, das kann ich... Die ist, äh, freundlich, beziehungsweise sauber. Aber dort hinten sehe ich was. Äh, was haben wir hier noch? Äh, die ist auch sauber. Ja. Hier haben wir eine ASP. Bestimmt in einem Wing? Ja, okay. Der baut nur ab. Jetzt kann nicht sein, dass hier nochmal nix da ist. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Da muss ich mal gleich mal... Äh, die Karte... Oh, da ist eine Vulture. Oh, nein, 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 bitte. Sei sauber. Oh, shit. Die ist gesucht. Die Vulture sind, sag ich mal so, meine kleinen Hassschiffe, weil die sind ultra-wendig und könnten auch schon recht viel, äh, ja, austeilen, muss ich sagen. Ja, okay, er scannt mich. Er ist gefährlich. Aua! What the fuck? So, okay. Der Kampf gegen die Vulture beginnt. Bis jetzt, dass ich schon komme, ich habe keine Chance gegen die Vulture. Die sind so scheiße wendig, die Biester. Weil ich habe ja auch eine Vulture als, ähm, sag ich mal als Heiler in dem Fall. Mit High-Lasern drauf. So, komm, die Schilde sind weg. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Na, komm schon. Ja, aus der Entfernung mit den, äh, Schütztürmen, das ist nix. Okay, sie regeneriert sich wieder. Okay, sie ist weg. Ja, weg ist sie. Gut. Gegen zwei Vultures, äh, puh. Wäre es bei mir schon ein bisschen kritisch gewesen, hätte ich schon, äh, ähm, Angstschweiß bekommen. So, was haben wir hier noch? Ähm, eine Cobra hätten wir hier noch im Angebot. Das ist aber ein Wing, wie es aussieht. Dies ist im Wing. Ich hoffe, ihr seid hier gesucht. Nein, ihr seid sauber. Dann ist das hier die Anaconda. Bitte sei gesucht, bitte, bitte, bitte. Jawohl. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das ist ein Experte. Ah, 160.000, ja, gut, okay. Es geht. So, die Schilde sind weg von dem Biest. Er hat mich ein Visier. Und, komm schon. Und, tschüss. Boah, die Laser machen sehr, sehr viel Schaden. Eine Schildzelle ziehen. Und ein Kühlkörper, bitte. So. Gut, dann setzen wir nochmal auf die Systeme ein. Dann, Kühlkörper habe ich noch einen einzigen. Da bin ich mir überlegen, ob ich mal sollte noch, äh, noch welche zulegen an Kühlkörpern. Beziehungsweise, ja. Okay. Bitte sei gesucht. Ja, ist sie. Dann geben wir mal Gas. Scannen ihn mal. Und dann hoffe ich mal, dass er was Schönes wirklich dabei hat. So. Ah. Ich überlege mir auch mal, ob ich soll mal auf, äh, Zielsuchraketen gehen. Also auf Raketen allgemein. Die, wo ihr Ziel, äh, ja, verfolgen. Wäre auch mal was ganz Interessantes. Okay, der ist weg. Oh, die machen sehr, sehr viel Schaden, diese Laserwaffen. Ah, drei... 83.000, das ist ja auch wieder nix. Typ 7, der, ja... Oh, Scan Detected. Von wem? Von dir? Schon wieder eine Python? Oh, die, die ist aber richtig streng, siehst du gerade. Oh, die, die ist aber richtig streng, siehst du gerade. Und tschüss. Okay, keine Chance gegen die Mehrfachgeschütze. 113.000, sehr schön. Wir kommen doch heute noch einer Million noch näher ran. So. Was hätten wir noch im Angebot? Ja, nix. Die anderen habe ich ja schon gescannt. Was habe ich denn an Kohle? Ah, 600.000, also 700.000. Das sieht doch gut aus. Was haben wir hier? Ein Dropship. Aha, die ist gesucht. Und... Und... Ein Kühlkörper. So. Boom, boom. Boom, boom. Wow, die greift nur mit Raketen an. Nicht schlecht. Die habe ich jetzt nur mit Raketen angegriffen. Da ist eine ASP Explorer. Bitte... Ah, ne, die ist... Die ist nicht gesucht. Äh, Kontakte. Eine Cobra ist angekommen. Muss ich noch gucken, wo die ist. Ich vergesse jedes Mal immer, oben rechts nachzuschauen, ob dort Schiffe neu dazukommen oder nicht. Bitte sei gesucht. Nein, sie ist sauber. Autor wird geschossen. Hm, ne Viper. Ja, sehr schön. Ja, untypische Schildscans. Das kommt immer automatisch, wenn ich was fertig scanne. Erscheint ist jedes Mal. Und wenn man davon am Tag, sag ich mal, seine 100 Schiffe scannt, dann sind halt dementsprechend auch die Sachen sehr, sehr schnell voll. So, gut. Kollege? Und tschüss. Oh, ne Vulture? Oh nein, nicht schon wieder. Shit. Okay. Ein Meister. Oh ja, ich seh's grad, wo er, äh, hier mit dem Jäger andockt. Okay, ich hab wirklich doch vergessen, meinen Jäger wieder zu holen. Okay. Oh Gott. Die mit ihren Dübeln. Die mit ihren Dübeln. Das nervt ein bisschen. So. Das Schiff ist weg, genau. Was greift mich hier an? Hä? Ich dachte, der wäre tot. Jetzt ist er tot. So, jetzt habe ich bestimmt das Dropship wieder verpasst. Wo ist das Dropship? Da ist er. Oh, was war das denn gewesen jetzt? Oh, okay. Hier ist einiges los. Diese Anaconda, die ist so wendig. So, sag mal Wiedersehen. Nein. Die Sau da. Die Sau. So. Auf Wiedersehen. Gut. Was hätten wir noch im Angebot? Na, wie viel gibst du mir? Ja, 70.000. Typ 7, Typ 7. Federal Gunship. Nichts Tolles für mich dabei. Wo wird denn hier gekämpft? Oh, da ist was. Oh, da ist was. Dort fliegen wir. Ah, der ist gesucht. Sehr schön. Aber ich denke mal, das ist jetzt der letzte Abschluss, wo ich mache und dann mache ich für heute mal Feierabend. Dann werden wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge wiedersehen, wenn ich meinen Typ 7 Transporter habe und dort noch ein paar Missionen mache für Leute abzugeben. Ich weiß auch nicht, wie weit ich dieses Schiff gepimpt habe mit meiner, äh, mit der Reichweite vom FSA. Das weiß ich jetzt leider gar nicht. Da muss ich mal nachschauen. Aber den hier nehmen wir noch gerne mit. So. Ja, der hat keine Chance. Kompetent. So. Tschüss. Gut. Dann würde ich sagen, was ist es gewesen in dieser Folge. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Also, bis dennne. Tschüss. Tschüss.